Untertitelung. BR 2018 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 Kuh! 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 Zahlen sind manchmal sehr schön, um etwas wiederzugeben, aber wir haben das, was sie betrifft, nicht in den Zahlen rein. Ich würde, wenn ich einen Bericht diktieren würde, sagen etwas hochgestellte Hündin. Also sie müsste tiefer stehen, die Beine sind einfach etwas zu lang. Und deswegen haben wir geschrieben, auf die Beinlänge achten. Damit ist dann gegeben, dass sie eine richtig tiefgestellte Entlebuche zum Deckel nehmen müssen. Und auf Knochenstärke achten. Also das ist auch ein bisschen wenig. Und die Gefahr ist da, dass die Entlebuche auch immer leichter werden. Das ist schade. Ansonsten, vom Kopf her passt es. Die Ohren sind einen Tick hoch angesetzt, aber sie trägt sie richtig gut nach vorne, sind auch gut geformt. Die Brust ist richtig gut ausgeformt. Der Rücken ist in Ordnung und das Gangwerk ist auch ausreichend. Und frei vom Verhalten ist an sich eine sehr, sehr gute Bindung zum Fraule. Also herzlich willkommen. Und jetzt dürfen Sie mich schon fotografieren. Vielen Dank.